Funktioniert doch! Das ist die Windwasserbahn, das neue Riesen. Die Fahrer ist irgendwas. Das ist die Windflare, das hast du gesehen? Ach, das ist angenehm. Immer nochmal. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Wow! Da sitzt ein Bär auf dem Klo. Ein echter Bär auf dem Klo. Bitte? Ein Wasser da stehen lassen? Eisbecher. Skandalös. Nein, das hat aber auch nichts zu tun. Schön würde der Hase sagen, ob das schön ist. Ich schreie nicht. Du? Ich bin fast gar nicht nass geworden. Bisschen nass geworden? Ich bin fast gar nicht nass. 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 Ich bin fast gar nicht nass.